Yo! 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 Klappt ja super, ja. Wir sind mal wieder hier zu einer neuen Folge von Missile Wars und mit wir meine ich den Tobi, den Leon und den Domi. Ey Leute, was geht? Leon, Dragon wird gefickt und so ist hier. Und jetzt nehmt erst mal euren persönlichen Dragon in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Was willst du eigentlich jetzt mal mit persönlicher Dragon? Das ist der persönliche Leon, aber jetzt macht mal los. Ich hatte es gekickt. Was? Warum? Keine Ahnung, da stand irgendwas mit Server Host, hatte ich irgendwie keine Ahnung. Du machst einen Scheiß. Nee, ernsthaft, irgendwas mit Server Host, keine Ahnung. Alt, alt, lag. Lol. Lol. Dom of Giant Green Team. Dom of Giant Green Team. Ganz ehrlich, der Server suckt einfach. Nein, der Server nicht. Was macht der Domme? Natürlich. Ja, bei mir leckt es ja auch. Der Domme ist gar nicht auf dem Server. Der leckt überhaupt nichts. Er leckt nicht. Hey, Domme? Ja? Du bist schon noch da, ja? Ja. Und du kommst auch wieder auf den Server. Ich bin doch schon drauf. Nein. Du darfst ihn? Rücken wir mal Tab. Bist du auf dem Server? Dann gehen wir mal wieder runter und wieder drauf. Alter. Mensch, immer so unprofessionell hier alle Menschen. Mano. Wir brauchen einfach mal Let's Player hinterher. Ja, jetzt passt es doch. Ah, jetzt. Mensch. Ich warte immer noch auf die Elotrix-Anfrage. Die kommt bestimmt noch. So. So. Das ist doch schön. Also, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich habe hier Powerboots aktiviert und wir haben auch jetzt mehr Pfeile. Der deutsche Spaß. Jetzt macht der meine Taktik. Alter, das lag einfach so schlimm, einfach nur. Ja, das war vorhin schon so, aber das liegt an deinem Internet. Ein Internet ist super. Alles einwandfrei. Ja, wieso war es dann bei uns nicht? Wie gesagt, bei mir ist das einwandfrei. Am Anfang war es beim Domi, jetzt ist es bei dir. Ich glaube, wir kriegen keine Folge hin, wo keiner Probleme hat. Also, bei mir geht es einwandfrei. Wir wissen es jetzt noch so. Sag mal, sag mal, sag mal, Sperus, kann ich kurz reconnecten? Geht das? Ja, geht bestimmt. Also, kann ich... Also, wenn du da nicht wieder einen Pluscreen hast oder sowas. Hab dich auch lieb. Mensch, wer kommt denn da schon wieder an, der Scheißer hat? Alter, nein! Haben die irgendwie diese Guardian anders gemacht? Ich wollte das seit neuestem nicht mehr durch. Ist nicht so gut, ne? Ach, fuck. Oh, 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 oh nein, nein, nein. Ah, ist der Domi da schon runtergefallen vorher? Ja, ist ja. Ich hätte es schon gemacht, Mann. Ja, doppelt hält besser. Sag mal, bekomme ich ja auch mal einen Pfeiler? Da oben kommt was, da oben kommt was. Mach das mal weg, bitte. Ja, ich bekomme einfach keinen Pfeiler. Bei dem Ding weiß ich auch gerade gar nicht mehr, was ich... Was der Zünder ist. Du nimmst die links, ich nimm die rechts. Ja, okay, ich versuch's, wenn es mal hinter der Zünder ist. Verdammt, die an der Seite, die zünden auch. Na gut, das Wesentliche hab ich weggemacht. Okay, gut. Jo, Domi, also meins hat gut geklappt. So, und jetzt setz ich ne Lightning hinter dir, die dich einholt und dann... Nein, macht's nicht. Ja, ich setz ne Tomahawk hin. Geh leider drüber. Scheiße! Hätt ja klacken können. Aber du musst zugeben, der Versuch war nicht schlecht. Ja, nicht schlecht, ne. Alter, ey, Domi, wir haben verloren, ne? Wieso? Doch nicht, lol. Nee, ich bin doch ein paar. Man, Alter. Dragon, gib dir das mal hier. Wieso geht die nicht hoch? Was ist denn? Domi, da kommt was. Ja, jagt die doch nicht so kurz vor unserem Schild hier hoch. Ich wär da draufgesprungen, hätte die entschärft. Wieso ist meine Plattform hier so angesprengt? Ja. Kann man nix machen. Nein! Doch! Nein! Was ist denn passiert? Er ist bummgegangen. Ey, ne, und wieso hatten die nicht gezündet? Schau dir das mal an. Ja, und wieso hat die echt nicht gezündet? Ich versteh das nachher. Wir sind ja ein Trink gespawnt. Ja, baue sie raus, Mann. Ja, die hab ich da rein. Ja, wenn die innen drin ist, dann kann man die nicht so leicht zünden. Da muss schon eine große Explosion sein. Ja, muss jetzt das ganze Gras kaputt machen. Ja, baue sie so weit ab, wie's geht. Also, das ist echt nicht... Ja, wenn's gezündet wird, dann ist nämlich aus. Oh, du kommst mal. Sachlos, Sperros. Ja, okay. Jetzt ist ziemlich alles weg. Die hab ich noch übrig gelassen, aber der Rest ist zum Glück weg. Nein! Ja, und was geht bei euch so? Du machst das Bier nicht so? Wir auch. Wenigstens seid ihr ehrlich. Ey, nein, die haben mich gesehen, verdammt. Alter, wie ist das? Du leckst mal ganz ehrlich. Du kannst keinen Schoß machen. Na, du triffst mich doch sowieso nicht, wenn ich springe. Natürlich. Alter, ich raste aus, Mann. Ja, wie? Wer hat dieses Loch gemacht? Alter, in die Kammer mit ihm. Du hast dich da runtergegraben, ne? Nein, nein! Fuck. Du hast eh gestorben. Wieso bin ich da jetzt runtergefallen? Alter. Ja. Man. Das Lochbau, vielleicht ich? Alter, mal ganz ehrlich. Ich raste noch aus. Aber auch noch vielleicht, ne? Das ist lustig, Tobi. Doch, fand ich jetzt eigentlich schon. Total lustig. Alter. Wenn man da einmal blöd draufsteht, dass man den Pistons, das ist so buggy. Buggy. Richtig crazy. Mann, es sind die Kittens. Äh, die kannst du typen hier schnell. Da kommt ne Lightning. Alter, mal ganz ehrlich. Nicht mehr. Hä? Wie? Was? Was? Ich bringe uns ins Gesicht. Frech. Ich bringe dir deine Mutter, Alter. Wie? Es leckt einfach nur, mal ganz ehrlich. Ja, Tobi, da freust du dir jetzt ein zweites Loch in deinen Arsch, oder? Ja. Ah, mhm. Ah, schön. Yes. Mann, ich hab gar nichts gesehen. Alter, das ist ein Drecks-Internet hier einfach. Ich reconnecte. Ja, was hast du denn da für eine Bambus-Leitung? Eine 32k-Leitung. Da wäre ich sogar weniger. Ja, das muss ja nicht unbedingt an mir liegen, ne? Also, wenn sonst alles... Ja, an wem soll es denn sonst liegen? Ja, am Server vielleicht? Ach so, bei mir. Natürlich, ich kann wirklich alles sonst problemlos machen. Skype ist bei mir ohne Probleme... Wo ist dieser Server-Lag-Teil, wie rum? Ja, Skype, Skype. Was braucht denn Skype für Internet-Anforderungen? Skype saugt ja wohl richtig krass. Skype kann man mit einer 0,5 Mbit-Leitung betreiben. Also, jetzt hier... Ja, aber die Frage ist dann halt wie, ne? Ja. So, jetzt holen wir uns den zweiten Sieg. Ach, das ist ja saubig, ne, wenn es 1 gegen 2 ist. Was denn? Ja, Domi, jetzt weiß man, wie es ja letztes Mal war, ne? Ja, aber du hast das drauf im Gegensatz zu mir. Wenigstens ehrlich. Es ist ja 1-2 gegen 2. Kann man nichts denken, nein, wenn du... Wir können ja auch mal die Teams tauschen. So ist es ja nicht. Nein, schau. Ich will dir nur den guten Willen zeigen, aber ihr wollt halt nicht. Und da kann ich auch nichts ändern. Habt ihr dann die Premium-Leitung? Ja, wie? Sehr gut, Leon. Ja, was? Ja, wie? Ja, was? Ja, wo? Wie ist es da drüben rumhüpfen? Ja, wie dreistest du das jetzt schon? Schon ziemlich, ne? Ja. Uuund? Wieso geht's... Wieso explodiert da drüben nix? Ah, jetzt, 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 jetzt. Wenn ich mich da runterkicken konnte. Tja. Ja, setzt du hier ein Schild hin. Mann, das ist ne Shieldbuster. Oh. Habe ich nicht mehr achtet. Oh, da kommt ja wieder ein. So, jetzt versuchen wir auch mal so ne sneaky Taktik. Wieso gehen die Dinger hier an der Seite? Das gibt's doch nicht. Naja, man hat's nicht viel gemacht. Hier hat's dir einer unserer Videos angeschaut. Hey, wieso? Das macht, das macht der Sperus bei jedem. Äh, mal. Hey, wer hat hier das Ding gemacht? Das weiß ich nicht. Und es ist total fail, weil du dann... Wobei, mit Jumpboots kommst du's auch hoch. Mit Powerboots. Oh, dumm, was soll das denn, hä? Also echt. Mach mal weg kurz. Ah, shit. So. Mensch, das geht doch in das Schild rein. Was machst denn du? Mach lieber die Lightning hier weg. Ah, ich bin dabei. Es ist ein Netter, lüge dich an. Wow, Alter. Das ist ein Netter weg. Ja, genau. Achso, ich dachte, das Ding wäre angegangen. Die war perfekt. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ey, wieso gehen die Pfeile da so krumm? Das ist die natürliche Flugbahn vom Pfeilen. Du zielst halt da drauf und die gehen alle rechts vorbei. Alter. Das hat nur das Ding bei der Bumme gemacht. Alter. Ey, kannst du mal aufhören mit dem Mikrofon da? Das bin ich, ich. Ich weiß. Sag's dir. Er weiß den Übel-Teller. Er kennt den wohl namentlich? Nein. Was ist denn da? So, du bist in der Offensive. Ach, ich schicke jetzt einfach mal ein paar Raketen runter. Ich habe auch das abgewehrt. Das war ja schon ein Frisch, ne? Ja, leicht Frisch, ne? Ja. Ich mache hier einfach mal ein paar Löcher hin. Nur für den Fall. Also, immer schön nach unten schauen, wenn du läufst. Nicht, dass dir sowas passiert wie dem Leon. Ja. Nein! Doch! Oh, der ging von woher. So, ich mache jetzt hier parallele Löcher. Nein! Scheiße, man, es leckt! Ich hab dich dreimal weggezogen, ne? Ja, und dann immer auf die Leitung schieben. Ja, es ist die Leitung! Verdammt! Okay, Speros, jetzt reicht's. Was, verdammt. Jetzt, pass auf, Alter. Jetzt schließt du die Maus an. Nee, genau. Genau. Das ist es, Alter. Ey, jagst du die genau neben meiner Rakete hoch? Die bleibt sogar stehen. Okay, jetzt ist sie weg. Nein! Nein! Ui! Ui! Abschlussrampe. Auf, Alter! Du machst aber auf einen Scheiß! Nur professionelle Gamer hier unterwegs. Die Gamer hier unterwegs kannst du jetzt schon fast vergessen, ne? Was? Ja, Domif! So will man das doch sehen. Dankeschön, Herr Dragon. Also langsam machst du mich echt stolz. Also, ich muss sagen, bin begeistert. Das hat nur nie jemand zu mir getan. Amen! Und boom! Und da geht die nächste raus, Alter! Da geht nix raus! Die schwarze Jute-Sau! Ach, nö. Doch, schon? Ey, da unten, ey, mach das! Wehe, du jagst das jetzt vor meiner Nase hoch, Alter! Ey, das gibt's doch nicht. Das TNT macht aber nix. Wobei... Ja, macht gar nix, ne? Scheiße, du Opfer, Alter! Entschuldigung. Na gut, jetzt habe ich ja eine große Plattform. Braucht mir keine Löscher. Domif, schau mal, wo ich bin. Wo bist du? Genau! By the way, wir haben auch so eine Plattform hier oben. Und... Boom! Nein! Da freuen sie sich jetzt, Alter. Das ist das zweite Loch in den Arsch. Hui! Na gut, jetzt gehe ich auch mal hier in die Offensive. Es muss ja auch mal was passieren hier. Also Leon, war ein schönes Spiel. Wieso? Jetzt ist es vorbei. Hast du es nicht mehr unter Kontrolle? Naja, wenn der jetzt in die Offensive geht, was will man da machen? So, ja, da wird es doch einfach. Da wird es doch erst leicht. Ey, da unten schlägt vielleicht was an. Ja, ich habe es auch schon gemerkt. Lass mich halt raus! Raus, mein Gott! Lol, ich habe halt keinen Schaden durch die Explosion verloren. Ja, schön, da ist jetzt ein Megaloch bei uns. Ja, nur kein Stress, nur kein Stress. Dragon, da kommt was. Jo, mach mal, Dummy. Ja. Sagen wir mal wieder eine Gart hin geben, ey. Santa Maria! Ähm, ähm, die Genome ist immer. Alles cool, alles cool. Die sind eigentlich nur Öffekt. Ey, wer, du schießt die ab? Ich schieß die nicht ab. Dann lasse doch drüber gehen, was machst denn du? Wobei, wenn dann jemand Feuerball draufschießt, dann ist es blöd. Da ist kein TNT mehr drin. Doch, vorne ist noch eins. Jetzt nicht mehr. Sind die Behindert mit dem Feuerball? Warte, ich hab's ja. Alter, mal ganz ehrlich. Was? Da kommen nämlich die Nächsten schon. Alter, es leckt einfach nur. Ja. Wir haben's verstanden, das musst du nicht zehnmal sagen. Es ist aber so. Ja, wir haben's alle verstanden. Nicht nur du hast. Alter, 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 alter. Du verteidigst? Ja. Gut. Alter, das hier mit der Lightning ist echt nett von euch, dass die hier wirklich hier oben steht. Muss ich sagen. Jagd sie hoch. Hat der mir uns mal was Gutes getan. Oh, und hier kommt noch eine Shieldbuster, man. Das ist ja perfekte Höhe. Ich bin sehr zu Dank verpflichtet. Das ist eine Guardian. Mensch. Hä, keine Shieldbuster? Ja, okay. Jedenfalls. Danke. An deutschen Dank. Hey, die geht noch. Die geht noch. Die geht noch. Die geht noch. Hm. Jetzt nicht mehr. Aber das macht mir auch nix aus. Alter. Alter. Falter. Dommel. Upsi. Du machst schon mal das Sperrus nur, aber... YOLO, ne? So, einfach mal dazu. Alles in die Luft gejagt, was da war. Alter, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr respawnen. Oh, nein, nein. Alter, das ist doch jetzt nicht so groß. Oh, wer hat denn das jetzt in die Luft gejagt? Hast du nicht getan? Nein, hast du... Was hast du... Was du dich traust hier? Da ist ja echt schöne Aussicht von hier oben. Kann man nicht meckern. Ja? Das freut mich. Ja. Ich seh, da ist jemand in der Offensive. Ja, zum Beispiel ich. Der große. Xtobi99. Geht die da unten überhaupt rein, oder geht die drunter? Die geht, keine Ahnung. Alter, das war knapp. Da fliegt ein TNT weg. Die machen die vor mir weg. Nicht gut. Nicht gut. Das geht hoch. Die geht hoch. Das geht hoch. Ja. Das geht hoch. Willst du? Wie? Reißt einfach nur. Vor allem, die geht echt noch weiter. Die habe ich noch gespawnt. So, das Ding da resettet. Was heißt resettet? Einfach mal deaktiviert. Ich schaue einfach mal, ob die Höhe da drunter geht. Oh, das geht runter. Und wer, das jagt jetzt jemand hoch, während das unter dem Portal ist. Ja, das darf du nicht laut erwähnen. Sonst kommen die da auf dumme Ideen und so. Dumme Ideen, sowas wollen wir doch nicht. Nee, nee. Geht auch nicht. Und da drüben, da versucht einer, das so dreist wie er ist, eine Rackene loszuschicken. Was ich sofort unterbinde. Also Leute, wir müssen jetzt mal ein bisschen Action machen hier. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Okay. So. Leon Dragon wird gefickt. Da, längst Shield Buster. Mach mal bitte weg, aber nicht, wenn sie direkt neben mir ist. Gut, ich glaube, die geht nicht mehr hoch. Ja, bravo. Bitte, gerne, immer doch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Da unten, der Leon. So, die Guardian, da gehen immer hoch. Mach mal den Leon da unten weg. Echt? Der ist schon weg. Der hat sich alleine erledigt. Das Problem. Alter, scheiße, ich brenne. Nein, da sperren wir uns mal ganz ehrlich. Jetzt habe ich gerade feine mehr. Scheiße, Dragon. Die Judensau. Scheiße, nein! Okay, das Ding müsste aber jetzt, glaube ich, entschärft sein. Nein, ey. Ey, Leute, das geht bei so nicht. Och, nö. Wieso kann man die denn nicht mehr zurückschleudern? Ich hätte wohl mit einem Fall drauf schießen sollen. Doch, die kann man zurückschleudern. Du musst mal ein bisschen, ey, Marschloch, wie sieht es denn aus? Vorhin konnte ich sie zurückschleudern. Ja, das klappt aber nicht immer. Ja, das hast du echt geschafft. Oh, mies. Mach einfach meine Rakete kürzer. Das ist schon mal nicht mehr. Einfach mal so gekürzt. Ey, da oben kommt was. Alter, 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 alter. Okay. Geht gut. Alles klar, alles klar. Alles klar. Cool bleiben, Leon. Cool bleiben. Ich brauche alle für deine Scheiße. So, jetzt kommt er unten raus. Genau, da kommt jetzt nämlich erst mal die Lightning. Oh, mies. So, da kommt jetzt ein bisschen. Dommy, zünde das, was auf der linken Seite bei denen ist. Der Dommy ist mit etwas anderem beschäftigt. Nein, scheiße. Mach was, ich bin runtergefallen. Was muss ich denn machen? Wegen der Guardian da. Wir wollen doch noch mehr, oder? Nein, du verteidigst das da jetzt schön. Und ich mache deren Portal kaputt. Alter, was ist denn das für eine Frechheit einfach? Alter, da geht einfach alles kaputt. Ach so, das war eine Scheiße-Idee hier. Ist ja schon das andere Teil. Ne, Scheiße-Idee. Wann kommt denn immer wieder Pfeile eigentlich? So, by the way. Da stellt man schon ein, dass man immer fünf bekommt und dann beschweren sie sich immer noch. Ja, schön, aber leider knapp daneben. Ah, ist auch vorbei, ne? Ja, leider. Nichts zu cool. Hey. Wie frech man hier einfach mit so einer Light-Ding um sich wirft, ist auch nicht in Ordnung, ne? Da kommt ne... äh... Juggernaut. Ja, schön, wenn du die mal entschaffen würdest. Wo jetzt genau? Wo jetzt genau? Wo jetzt genau? Wo jetzt genau? Damit die steht. Damit hast du die? Hast du die unten? Und jetzt geht hier alles in die Luft. Verlass dich auf mich, bro. Gut. Ich bin durch so ein Loch gefallen, so ein Mist. That's what she said. Und wieder hoch. Dragon is bad, boy nix. Was? Das ist bald auch nix geworden. Wie? Oh, scheiße. Nee, ist wirklich nix geworden. Da kommt da einer rechts unten. Nein, lass dich nicht beirren. Ja, war schon nicht schlecht, aber doch ein bisschen zu früh. Hab alles unter Kontrolle. Ja, hast du keine Beine? Nö. Scheiße, das Schilder. Ah, knapp. Na, ich hab Pfeile. Die werde ich dann aber wohl doch im Nahkampf ausschalten müssen. Oh, die geht hoch, die geht hoch. Hat aber nicht mehr viel TNT. Ha, ha. Stirb. Wieso mach ich denn eine weg, die unten durchgeht? Das verstehe ich auch nicht ganz. Alter. Ey, fuck. Fuck. Alter, fuck, da kommt noch was. Ja. Das kommt nicht mehr. Aber da drüben kommt was. Ja, ich bin runtergefallen. Ey. Dreist ist das hier, ey. Gleich Riesenpum. Dreist. Ey, lass das doch mal. Was ist denn das hier, ey? Alter, Domi, das ist brutal. Es liegt frei. Wo, bei uns? Jetzt macht sie das. Jetzt macht doch mal die ganzen Raketen da kaputt. Da kommt immer noch mehr. Wer hat denn das jetzt gezündet hier, Mann? Oh shit. Oh shit. Ah, schade. Ah, hätte klappen können. Komm mal mit hier auf die... Wie ist... Der chillt sein Live da in der Mitte. Genau. Hat er recht. Alter, ich fall genau durch die Rakete. Domi, hast du alles im Griff? Nein, gar nicht grad. Was? Nein, gar nicht. Ah, ich wage das noch. Gut. Vielleicht nicht heute und vielleicht dann morgen. Aber auch vielleicht übermorgen. Oh, scheiße. Sag mal, Domi, machst du noch was? Nein, chill. Okay. Dann ist gut. Unser Schild... Unser Glasschild schaut aber auch nicht mehr so gut aus. Nee. Domi, spring, 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 spring. Spring. Nein, tu es nicht. Guter Mann. Wer hat mich da runtergeschubst? Ich nicht. Ich war das. One song. Na, 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 na. Ist aber schon ein bisschen gemein, ne? Was du da zum Abendbrüchen sagst. Ne? Findest du auch nicht okay? Menschen würden rechts... Ne. Menschen rechts. All die Schnauze. Domi, hoch mit dir. Hoch. Da unten kommt einer. Ah ja, ich hab hier grad was Praktisches bekommen. Ah. Ja. Nice one. Ich find das ja cool, dass ihr mich hier total ignoriert. Ja. Wie soll ich dich denn... Ja, wie? Ja, wie haben wir denn das gemacht jetzt? Domi, sag mal, warst du oben? Ja. Nein, warst du nicht. Wo bin ich denn? Ja, keine Ahnung. Ich bin im Spectator-Mode. Ich seh dich nicht. Ja, schnell hochgeflogen. Ja, ihr habt mich hier halt ignoriert und ich hab da eine Rakete nach der anderen reingeschossen. Ja, schau, schau, die da unten, die würdest ja einfach reingehen bei euch, ne? Oder? Warte. Die geht unten durch. Scheiße. Aber auf der wär ich geritten. Ja. Dann wärst du geritten. Ja, die geht unten durch. Das hätte euch jetzt auch nicht den Sieg gebracht. Ja, der ist... Ja, unser ist gleichmäßig... Unser ist gleichmäßig beschädigt, aber euers, das hatte so einen ziemlich tiefen... Punkt, also... Hä, euers war auch unten komplett durch. Ja, aber es war gleichmäßig überall beschädigt. Hättet ihr das alles auf den Punkt da konzentriert, werdet ihr bestimmt schon durch und hättet gewonnen, aber... Also ich sag mal, in den letzten zehn Minuten hab ich mich nur auf diesen einen Punkt konzentriert. Ja, ich hab mich auch die ganze Zeit da konzentriert, als ich dann da in der Mitte stand. Sag mal, Domi, Domi, hast du nicht gelesen, was ich dir geschrieben habe? Blue Screen. Nein. Hier in Minecraft. Hast du nicht geschrieben? Doch, hab ich. Das hast du nicht geschrieben. Hast du nicht? Hast du's gelesen? Naja, hab ich nicht. Ich mein, Dom... Ja, siehst du, das hab ich dir vorhin auch geschrieben. Ja, das lese ich doch nicht. Hast du beendet? Oh Mann! Was hat er denn geschrieben? Okay, wir machen jetzt immer sowas aus. Wir machen jetzt einfach einmal... Einmal... Wir machen jetzt zwei Code-Wörter aus. Na, jetzt sag doch mal, was er geschrieben hat. Und zwar nehmen wir einmal... Nein, das ist top secret. Einmal Nashorn. Jetzt sind wir... Okay, einmal Nashorn. Das ist das, was du mir geschrieben hast. Okay. Und Flügelhorn ist genau das Gegenteil, okay? Flügelhorn, okay. Ja, okay. Was denn? Flügelhorn. Bist du behindert? Okay. Also Nashorn, das ist ein Flügelhorn, wenn ich das zu dir schreiben würde, okay? Okay, ich muss unbedingt in der Kosole schauen, was ihr denn da so... Nee, okay. Ich bleib fair, ich schau da nicht rein. Und wir beenden jetzt an dieser Stelle die Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, dieses war zwei grandiose Siege hier von uns. Jetzt müsst ihr einen drauflegen. Auch nur aufgrund meiner schlechten Internetverbindung. Ja, ja, jetzt immer Ausreden suchen. Bildet euch nichts drauf ein. Die Rache kommt demnächst, meine Freunde. Da werdet ihr den Boss, bosshaft siegen, sehen. Ja, aber immerhin gibt er jetzt zu, dass es sein Internet ist. Ja, also, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, verabschieden wir uns. Und ich sag, tschüss. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Link in der Beschreibung. Ja, ja. Ja, jetzt dürft ihr Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.